Schal von Luxemburg ist nicht nur meist bester Laune, sondern er verzückt noch dazu am liebsten in diesem süßen Outfit, einer Jeans-Latzhose. Die trägt der kleine Prinz, der in wenigen Monaten großer Bruder eines Geschwisterchens wird, stets mit großer Freude. Dazu kombiniert er gerne mal das Ringelshirt, auch etwas Farbe darf es mal sein. Egal ob im Zoo, bei einem Termin mit Mama Stefanie und Papa Guillaume oder eben im Seniorenheim. Der zweieinhalbjährige sieht in seinem Lieblingslook einfach zuckersüß aus. Finden auch die Damen mit, denen der Kleine hier plaudert. Neugierig geht er voran, erkundet die Gegend. Ja, da kommen seine Eltern kaum hinterher. Erst im Herbst 2022 haben die Erbgroßherzogin und ihr Ehemann bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Einen Blick auf Stefanies wachsenden Babybauch können wir hier sogar auch erhaschen. Eine wunderschöne Familie, die bald schon zu viert sein wird.